Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spricht die Unsichtbare... Mathilde! Genau, sie ist immer noch unsichtbar und wir haben uns jetzt Waffen besorgt. Du bist übrigens auch unsichtbar. Genau, mal ausrüsten. Äh, ich nenne es jetzt Takashis Castle, aber heißt Higashi Pharmazeutica oder sowas? Futical. Ja. Higashi Pharmaceutical. Oder so. Schrot ist durchgeladen. Ich habe eine kurze Schrotflinte mitgenommen. Hier ist noch meine Donnerbüchse. Ich habe die Armenbrust und eine Pistole. Denn letztes Mal, als wir hier waren, haben wir ja hier einen nuklearen Nemesis getroffen. Äh, ja, neue Zombies, wollte ich gerade sagen. Okay, die sind schon wieder gespawnt, die Wichsviecher. Aber der Zombie-Bär, der hat die Scheiben hier kaputt. Nur nur eine. Hm. Wie ging es denn hier hoch? Ja. Ja, drüben, ja. Gehen wir jetzt mal in diese Forschungsabteilung, wo wir eben diesen nuklearen Nemesis gesehen haben. Aber die Wände und so sind immer ein bisschen kaputt, ne? Ja. Das ist cool. Und das bleibt. Also wenn ich diesen Nemesis nochmal sehe, ich fackel da nicht lang, dann gibt es gleich Schrot. Als Antwort. Ich sage da nicht Hallo, ich sage gleich hier Kugel Schrot. Zack. Kein Erwärm. Wir sind jetzt hier bei der Forschungsabteilung. Und ja, da steht wieder ein nuklearer Nemesis, diesmal in einem anderen. Dann gehen wir da erstmal nicht rein. Nein. Gehen wir erstmal weiter hoch. Was wir auch machen könnten hier, ich habe gerade ein Regal gesehen. Äh, ein, zwei Frames und dann zack aufs Regal und dann... Hm, das ist gut. Kai, knall einmal den von oben ab. Das ist ein sehr guter Plan, vorausgesetzt er... Aber wir sollten auf zwei unterschiedliche Regale vielleicht gehen. Ja. Nicht, dass er unter uns alles weghaut. Und wir dann runterfallen. Gehen wir noch weiter nach oben. Der Tom war doch gar nicht so groß wie der andere. Ah, ich bin hier oben auf dem Dach. Oh, Vorsicht. Nicht übers Oberlicht laufen. Nicht, dass es unter uns... Ja, hier ist ein Zombie. Ja, hier ist ein Zombie. Ohne Platten, trau ich. Vorne aber rüber gehen. Oh, hier ist ein Kisten. Ah. Ja, nehm mein Krippel. Na, sind sie wach geworden oder was? Oh, hier sind sogar Holzrahmen drin. Cool, sieht alles mit. Ja, das sieht doch fest aus. Das ist doch bläulich. Kau mal drauf. Oh, hält gar nichts aus. Wenn das Panzerglas ist, dann hast du da noch so ein... Ja, Verschrebungen hast du gesagt. Ja. Liebe es, wenn dein Kopf explodiert. Ja. Ist der schon quasi einmal rum oder was? Da waren wir letzte, vorletzte Folge, ne? Oder letzte Folge waren wir da. So sehen wir, es sieht von hier aus. Es hält der Zaun aus. Der hält eine Menge aus. Auf dem Hubschrauberlandeplatz liegen wieder ein paar Zombies. Ja, ein Leuchtezombie, ne? Ja. Wo hast du denn angefangen zu töten? Ja, hier direkt vorne. Alben, du kannst da rechts hoch springen. Warte. Hier. Okay. Da ist er in der Wach. Der rennt. Wo willst du hin, Junge? Oh, Spinner. Alter, verpiss dich. Vorsicht! Arakiri. Jetzt sitzt du unter uns, glaube ich, ne? Zwei Stück. Radioaktiver verseucht, äh... Das ist eine Spinne, aber... Vier Holz nur dabei gehabt. Ganz schön geizig. Ja, pssst. Oh, da oben ist was Tolles drauf. Das sehe ich ja von hier schon. Wo komme ich denn da hin? Oh, hier ist auch was Schönes. Sind's Zombies, oder? Gucke erst mal vorsichtig hier oben auf das Ding. Sind aber keine Zombies, hier sind nur ein paar Kisten. Und ein Spiritus. Wischung über mir. Ist ja frech. Brauchst du noch einen Bauplan für Erdbohrer? Brauchst du nicht. Nein. Raketenwerfer brauchst du auch nicht? Nein. Und dann Maschinenpistole. Oh, ich habe gerade falsch geguckt. Habe ich das? Okay. Hier. Oh, ich habe auch nicht mehr. Ja, war schön hier oben. Die Spin hat nicht so viel ausgehalten, aber... Die ist halt nur fies, weil sie schnell ist und klettert. Genau, aber wie gesagt, der Nemesis, der ist etwas anderes. Der hält da wirklich mehr aus, glaube ich auch. Ja. Ja. Mal hier mal ein Schluck Kaffee. Okay, da ist nichts drin, das scheint. Du hackst hier irgendwie was kaputt. Ja, ich will gucken, ob da was drin ist. Aber da ist nichts drin, das ist nur fester Betonplatz. Ja, das habe ich vorhin auch... Vorhin sei ich schon im Kino damals. Da habe ich auch mal Lucky Lucky gemacht. Hey. Geh weiter, weil da links ist nämlich Glas kaputt. Ja. Da hat nur ein Glas kaputt gemacht. Achso, hier hast du schon gekauft. Ah, das war so ein Probeschlag. Geh mal eine Etage tiefer. Ja. Oh, hier gibt es auch Zombies, die sogar auf Regalen hier aufpassen. Ach du, das ist ein Frauenklo. Ups. Da will ich ja nicht draufgehen. Ich glaube, ich nehme mal Scheiße mit und versuche dann doch mal Dings herzustellen. Ja. Dirtilizer. Der ist gerade so viel Scheiße. Da gibt es auch eine Herrentoilette. Und... Ach, der Zombie hat da schon... Der Bauarbeiter-Zombie hat hier die Fenster kaputt geschlagen. Nett. Zwei Nägelchen. Die hat aber auch was von einer Falle hier. Da steht nämlich No drauf. No. 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 Hier steht No. Okay. Hm. No klingt gefällig. So, hier sehen wir übrigens... Oh, der No steht da. Ich weiß nicht, ob ich den Boot nicht schaue. Oh, Ölschiefer. Eier brauchen wir nicht, oder? Warum steht da No? Oh. 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 Und? Oh. Äh. Und du mich erschreckst, Tussi. stand da einfach ja ich habe es gerade bei dir so gesehen oh Militärweste was kann ich dagegen sagen 20 jetzt finde ich mal eine Militärweste und die ist nicht so geil wie das was ich habe also wenn du hier irgendwo Türen kaputt machst und oh hier sind auch Sachen drin da hinten hinter den Türen sind Gitter dann war ich da schon mal die den hier um machen komischen Behälterchen ups oh hinter mir ist doch was unter mir ist doch was eingekracht Watterboden hier ihr kleinen Schweine gehe ich doch mal schnell wieder weg also hier gibt es auch Fallen pass auf okay brauchst du noch Papier? nee ich habe zu Hause noch genug Papier hier warst du da höre ich dich na ich glaube das ist derselbe Raum? nee ist anderer so ein Raum war das da musst du aufpassen da stimmt gleich wie ein No dran oder so bestimmt Bau gleich und da liegt ein Zombie noch hier links einmal auf dem Untersuchungstisch nee hier steht kein No dran aber naja der auf dem Regal lebt noch scheiße da wo du stehst ist vorhin eingekracht ich sollte mal was trinken gluck gluck ich habe Da ist noch ne Tablette drin, die kann ich nicht nehmen. Oh, ich bin voll. Ja, ich bin auch fast voll. Aber ich hab auch so ein Mist dabei. Komm, das Glas kann weg. Oh, das Glas brauche ich. Brauch Glas, fällt mir gerade ein. Unser Schlafzimmer. Ist der einfaches? Sind wir mit der Etage quasi durch, oder? Da oben. Saves? Oh, ich geh dann einfach mal ne Etage tiefer. Ach, das war die Etage. Hm? Da komm ich gleich. Äh, die ist schon frei, glaub ich. Ah ne, ich muss ja runter, nicht hoch. Hehehe. Hm, hm, hm. Behalt doch die Nivea-Dosen. Ne, da ist noch einer. Äh, hier ist mir gerade einer entgegengekommen. Oh, hier ist auch einer. Oh, hier steht gerade einer direkt neben mir. Voll auf die 12. Hier auf dem Regal ist tot? Ne. Doch. Doch. Oh, hier hab ich gekillt. Okay. Dann mach ich mal kurz Holzrahmen. Na, ich kann dich nicht nehmen. Oh, der ist ja schnell. Oh. Was haben wir denn noch? Militärzombie? Normale Tussi und irgendwas Leuchtemäßiges. Naja, das Leuchtemäßige ist der Nemesis. Ah, er will schon klappen hier. Ich würd sagen, wir machen aber erstmal die Tussi. Steh auf, aufstehen. Tadaaa. Soll ich wirklich auf den Nemesis schießen? Warte, ich... Geh glaub ich auf ein anderes Regal. Ein Hängelregal, das kommt mir sicherer vor. Lass die Frames mal einfach stehen. Ich glaub, er kommt da eh nicht hoch. Dann... Schieß ich drauf. Ja. Aufstehen. Kleiner Leuchtezombie. Irgendwie... Schieß ich, aber... Kriegst ihn nicht. Oder es juckt ihn nicht. Keine Ahnung. Soll ich ihn anlocken und dann hierherlaufen? Versuch's mal auf ein Tor... Warte, ich mach das mal. Jetzt hab ich ihn. Zurück! Scheiße, ich hänge fest! Er ist noch beschäftigt. Keine Panik. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge irgendwie fest. Du bist im Gegenstand. Okay, jetzt geht's wieder. Er läuft und kommt da nicht raus, komischerweise. Solange schieß ich halt mit normalen Bolzen auf ihn. Ich glaub, schon zehn Pfeile habe ich Bolzen auf ihn reingesammelt. Sammeln? Ja. Oh, er ist noch nicht draußen. Hä? Er versucht's aber... Er kriegt's nicht hin. Auch ein Nemesis, oder... Jetzt liegt er. Jetzt kann ich ihn selber nicht mehr treffen. Na, Schnucki? Er gibt nicht auf. Ich weiß nicht, was für ein Problem er hat. Ich schieße ihn auf den Arsch. Das ist die Schwachstelle eines Zombies dahinter. Hm. Jetzt ist er. Ja. Jetzt ist er draußen. Ich weiß wirklich nicht, was das für ein Zombie sein soll. Aber jetzt seh ich ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Ein Idioten-Zombie ist das. Ich überlege, ob ich in den Nahkampf gehe. Jo, ich geh in den Nahkampf. Kannst du dich nochmal zu mir drehen? Ne, ja, warte mal. Ich hab vorhin... Ah, du bist nicht mehr durchsichtig. Du bist bei mir so ein bisschen schwarz. Aber... Bei dir sieht's so aus, als ob du auch wie so einen Totenkopf auf deinem Körper hast. Ich weiß nicht. Entweder weiß oder schwarz. Ganz komisch. Also so sagst du vorhin auch aus. So. Ich geh da jetzt hin. Und rapp ihn mit der Schrot wieder. Gib mir mal von oben Deckung. Jo, ich schnapp ihn in die Piste. Ups! Sorry. Was? Jo, ich bin da. Zombie-Action! Oh, nachladen. So. Andy. Webt er noch? Ja. Hinter dir. Es rucknet und ziebelt wieder alles. Ohhhh. Alter! Oh scheiße, der kommt hier rüber! Er ist zuppelt und ruckelt! Wenn wir teilen! Ja, ich bin tot. Es ist zum Kotzen in dem Gebäude. Toll, das heißt du lässt mich hier mit Nemesis alleine? Ja. Viel Spaß. Toll, danke auch. Wir müssen doch mal sterben, indem er so viel Schrot abgekriegt. Der hält unglaublich viel aus. Aber der andere Zom wird auch schon länger ausgehalten. Normalerweise ein-, zweimal Schrot und dann ist gut. Ah, die sind da richtig hart im Nehmen. Nackig auf dem Bett. Bleibst du mal stehen, so treff ich dich nicht. Mein Gott, aus dem Bett. Na, das ist nicht so großartig. Ich finde es gut. Das ist nicht so großartig. Ich hab heute keinen Schuss mit, also ich hab keine 30 Schuss mehr von den 60, die du mir gegeben hast. Die Waffe war noch geladen, ne? Boah, ich mach mich mal zu Fuß aufm Weg. Ich mein, ich treff auch nicht jedes Mal, aber... Alles ist rumgeglitsche, da geht mir auf den Sack. Boah, triff doch mal! Boah, 15 Schuss noch. Verhoff dich zu bewegen! Ich verbiete es dir! Verhoff dich zu bewegen! Zwei Schuss noch, in ner Pistole, dann muss ich auf meine... So, das war's mit der Pistole, jetzt kommt Armbrust. Hier liegt es so... Na, der lag schon dreimal oder so. Ach so. Ja, sieht spannend aus bei dir. Boah! Bleib doch mal stehen! Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Die anderen leben hier auch noch. Mach mal hier die anderen. Nicht, dass die mir hier mein Regal unterm Arsch weghauen und ich hier auf einmal runterfalle. Ja. Schade, dass die Beine da auch nicht kaputt gehen bei dem Typen. Boah, jetzt sind die anderen beiden Zombies wenigstens back. Mhm. So. Bin ich auf dem Hängeregal. Hier kommt er nicht hoch. Kann er auch nicht kaputt hauen, wenn er nicht die Wand kaputt haut. Oh. Kippt doch endlich! Alter, hier ist auch ganz schön viel los draußen. Hi! ich bringe ein paar leute mit ob die mit uns kämpfen kann ich aber nicht versprechen ja er ist tot ich komme zu meinem loot er ist tot wilder streuner verstrahlt was hat er denn wow knochen und militärhandschuhe ja gut die militärhandschuhe sind alle schlecht oder nee wir sind ja so arm schuhen ja ich glaube dein ding was da hat ist besser ne oh der ist besser base price 1600 haltbarkeit schläge 3 doch die sind besser ich trage die einfach so als ehre weil du ihn kaputt gemacht hast ich bin jetzt auch alter das war ein ding muss man rucksack er ist hier bei mir hier ist er das war was so jetzt auch geschichte ja ganz schön voll sich ja ich bin auch voll also ich bin voll voll so jetzt Das war's für heute. Oh mein, ich bin voll. Antibiotika, warst du nicht verseucht? Ja, ich hab schon längst Honig gegessen. Achso. Das sind überall so tolle Sachen. Ach weißt du was, ich bring mal was runter. Mach mal. Komm mal wieder hoch. War ja nicht weit. Das ist auch cool, das ist hier so ein richtiger Beobachtungsraum. Scheiße, ich bin ja voll falsch rangegelaufen. Die Kamera. Das war's für heute. Ich bin ja voll. Ich bin ja voll. Du, das ist nicht allgemein. Ich bin ja voll. Ja, ich würde dann noch, wenn ich gleich runtergehe, lieber noch ein paar Autos zerlegen. Dass ich dann auch noch ein paar Fallen so für die Nacht bauen kann, weißt du? Stacheldraht brauchen wir da sehr viel. Ja, Stacheldraht und Fallen. Ist auf jeden Fall hier sehr interessant, oben mal. Da kann man noch raus, da gehe ich auch mal raus. Ja, das ist so ein cooles Labor. Wer weiß, vielleicht ist das sogar das Labor, in dem die Zomme solche ihren Anfang machen. Was hatten die da? Ja, vielleicht hat hier die Zomme solche ihren Anfang gemacht. Ich meine, hey, die hatten irgendwelche Menschen in den Glastanks stehen. Sollten sich lieber Umbrella-Packen nennen. Oh, 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 oh. Hey, das hasse ich. Wenn ich im Menü bin, hast du nichts zu machen, mein kleiner Freund. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich habe so den dumpfen Eindruck, dass sie das ein bisschen nicht so benutzt haben wie es. So, dann komme ich wieder hoch. Hast du da alles durchsucht? Da, wo du jetzt gerade bist? Ich bin gerade dabei, hier alles durchsuchen. Okay. Aber ich habe nicht mehr allzu viel Platz. Darum bin ich ja runtergegangen, ist ja kein weiter Weg. Ein Wägelchen ist schon voll. Du kannst ja reingucken, was du noch stacken kannst. Wenn nicht, gehst du einfach, guckst, dass du einen anderen Wagen voll. Weil jetzt noch irgendwas anderes anzufangen, macht keinen Sinn, weil... Nee, ich würde sonst gleich einfach noch ein paar Autos auseinandernehmen. Dann brauchst du auch wieder Platz. Ja, und deswegen würde ich das, was ich habe, in mein... in das zweite Wägelchen packen. Eins ist voll. Ich kann ja aber nicht sagen, welches. Ob du schon im Durchblick verloren, welches, welches, wem geholt, keine Ahnung. Ja, dann gehe ich mal runter und würde dann... ... nur den Ausgang finden. Da sieht es nach Ausgang aus. Ja. Hallo. Bist du da jetzt fertig? Doch, nicht ganz. Schau dich da ruhig nochmal um. Macht ja nicht Sinn, dass du... selber durchsuchen, was du schon durchsucht hast. Ich habe es nicht komplett durchsucht, weil ich sowieso keinen Platz hatte. Toll, Papier im Trailer. Ach, das ist das, was du zu halbe gemüllt hast schon. Ich habe da auch noch ein bisschen was rein. Da haben wir ein bisschen Platz. Der andere Wagen? Das hier ist ja meiner. Also der... Dann hast du halt da hinten. Ach da. Kacke wollte ich da auch fahren, ne? Bitte? Oh! Tommy ist von hier oben durchgesprungen. Das war eine Falle, war das? Jo, kacke, kannst du... Werden jetzt Autos zerlegt. Hier, hier ist so ein abge... äh... hier ist so ein... eine Hohldecke oder sowas quasi. Ah. Und der war da drü... äh... drüber. Das ist ja gemein. Und dann fallen das, diese kleine Drecksau. Kleine, dreckige Zombie. Da ist noch einer. Den lasse ich mal fallen. Du fällst ja samt. Ich dachte, da hättest du die Beine gebrochen oder so. DNA-Testing. Jetzt weiß ich, wo du bist. Wo ich war, meinst du? Ja. Bist du da runtergesprungen? Ja, auf Autosuche. Oh. Weil, zieht er rein. Was ist denn? Ist der Ökken? Der ist gesperrt. Oh, die Nachbarschaft sind so ein Mist. Oh. Kommt da durch die Wand. Die sind aber zuerst fertig. Da hat was Zombie-Dreamies bei dir. Oh, ich lasse die da durch die Wand klappen. Ist mir doch ein Wurst. Oh, endlich mal wieder einen kleinen Motor gefunden. Schön. Das ist doch nicht so ungefährlich hier. Oh. Oh, nein. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, ne, es war ein Magnum-Teil. Oh, scheiße. Spät. War zwar minderwertig, aber eine Magnum hatten wir noch nicht. Oh, ich bin auf die Eier. Ich bin auf die Eier. Ey, Bauarbeiter. Wenn ich hier jemanden gerade auf die Nüsse haue, habe ich nichts zu nehmen. Weil vom Skater ist der Kopf nämlich in die Wand geglitscht. Und bleibt mir nichts anderes übrig, als auf die Eier zu hauen. Jo, ist auch nichts dafür. Oh, noch ein schöner Motor. Da sind viele Autos. Hier ist noch ein Lager. Hier ist ein Scheißwald. Alter, hier ist eine Mine drin. Drinnen? Ich dachte, das wäre bei mir hier draußen gerade gewesen. Jetzt hört er sich echt laut hier drin an. Okay. Und hier ist echt ein Lager. Fertile hat er jetzt gerade gefunden. Oh. Add Antibiotika. Coole Kartons. Hier waren wir sogar schon drin. Hey. Oh, hi. Da krieg ich hier immer sogar Farbe mit. Was ist auch hier? Werde mich auf jeden Fall dann jetzt... Cool, Rucksackversteck. Cool. Weil die Wand war so ein bisschen kaputt. Ich habe mir gegengeschlagen. Rucksack war zwar nichts drin, aber... Coole Idee. Und ja, ich habe echt ein Lager gefunden. Hier sind ganz viele Kartons. Hm. Aber irgendwie leer. Hätte sein können, dass du schon hier warst. Hey, in einem Lager war ich noch nicht dran. Das sieht aus wie in einem Lager, weil hier viele Kisten sind... Ah, eine Waffe ist das hier auch versteckt. Lohnt sich. Ah, Kaffee ist alle. Ah, toll. Bauplan für ein Scharfschützengewehr. Ich habe da schon 50 davon gefunden. Übrigens 20 vor 8. Ja. Nur, dass es nicht vergisst. Ja, ja. Ich weiß. Noch mehr. Ich habe hier noch einen Motor gefunden. Ach, das gefällt mir. Die ganzen Motoren, die ich finde. Da kann man schön ein paar Generatoren bauen. Ein, zwei Generatoren, dass man da vielleicht sogar... ...zu Tag 28 schon ein paar Bladetraps aufstellen kann. Das wäre schön. Ach, pass auf. Hier sind überall in diesen Ventilatoren Sachen, was du weißt, drin, oder? Ja. Jeden muffiger Rucksack hier. Wir haben die überhaupt nicht gecheckt. Wir haben das überhaupt nicht gecheckt. Hier, kannst du aufhauen. Okay. Und da ist was drin. Okay, cool. Hiddenstash. Alter, hier ist sogar, äh, Rohdiamant und Silbernuggets. Eins. Da schmeiße ich doch das hier raus. In den Fall. Das lohnt sich ja richtig. Na gut, ich glaube, ich mache einen Abgang. Äh. Aber das Gebäude war cool, also... Ja, vor allem kannten wir es noch nicht, ne? Jagdgewehr schafft. Ach, komm raus mit den Steinen, das Jagdgewehr. Nee, ich kannte es aber auch noch nicht. Wir sind auch noch gar nicht... Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas Sehenswertes gibt, aber... Das gerade mit den Rucksäcken, das ist eine neue hier. Und da drin sind noch irgendwelche Kisten, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wie komme ich wieder raus? Wie kam ich überhaupt rein? Ich weiß jetzt echt gerade nicht, wie ich hier reingekommen. Deswegen habe ich dir Bescheid gesagt, dass du dir Zeit im Auge behältst, damit du noch genügend Zeit hast, da wieder den Ausgang zu finden. Kloppt dir den mal einen Weg mal auf, hier. Kloppt dir mal einen Weg auf. Ah, hier steht auch Depot. Ah. Weil wir haben ja ein, zwei Etagen, haben wir ja noch nicht gesehen, ne? Hm. Der immer noch nicht, äh... Oh ja, noch mehr Kisten, na gut, die sind leer. Ich habe auf jeden Fall... ...sehr viel... ...Scheiße, was ist das denn hier? ...Wennst du wohl schon? Ach so, ich dachte, hier kann ich auch was aufmachen, so Vergasungskammern oder... Keine Ahnung, ey. Vielleicht haben sie die Toten hier vergaßt oder vernichtet oder verbrannt oder... Oh, ein schöner Helm, Bauhelm. Ne, meiner ist hochwertiger. Aber was lasse ich denn dafür liegen? Ich lasse das Glas hier. So ein... ...Pet kannst du sonst auch da lassen. Also... ...Fast 400er, ähm... Ach hier, scheiße. Die haben das alle, diese großen weißen Dinger hier. An der Seite. Ach. Oh, figer Ding. Oh, kacke, Alter. Wie komme ich hier raus? Hier sind noch Zombies überall, hier war ich gar nicht. In der nächsten Stunde solltest du den Ausgang finden, oder du solltest da übernachten, eins von beiden. Ja, komm, ich bin jetzt wieder ins Lagerraum. Lass mich mal aus dem Weg, hab keine Zeit für dich. Auch für dich hab ich keine Zeit. Juhu, noch ein Motor. Wird nicht mehr gelootet. Also hier war falsch. Ich glaub, ich guck gleich in die Aufnahme. Ich bin nicht hier reingekommen. Hier durch vielleicht? Ne. Och, ja. Ach, ich bin hier irgendwie runtergefahren. Scheiße, hier ist ein... Hier hat sich jemand gepennt. Hat sich jemand versteckt? Toll. Ja, komm. Leck mich. Keine Zeit dafür. Ich weiß echt nicht, wie ich hier reingekommen bin. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, langsam wird das gut. Scheiße. Ja, weil wir hier überall Zombies, ne? Immer noch. Deswegen ist es ja scheiße. Eine Nacht in ein Gebäude, in dem du dich noch nicht auskennst mit Zombies. Hier bin ich irgendwie langgegangen. Ah, hier. Ah, hinterher hoch. Ja, geil. Oh, so. Dann waren wir hier, in dem Labor. Wo ist wieder Ausgang? Baustuhl. Ich mach dich auf den Heimweg. Ja, das hilft mir nicht. Da. Ach, da. Da, da. Ich nehm schon mal die Schrott, das ist vielleicht knapp. Ja. Fakt 10. Los, 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 los. Go, Heinrich. Go, Heinrich. Go, Heinrich. Nee, hier noch einen tiefer, 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 tiefer. Nicht, dass ich jetzt hier rauskomme und draußen sind Zombies und die springen sich gleich quasi auf mich, weil, ähm, die können dann laufen und ich nicht. Hm. So, ich bin jetzt im EG. Ich komm jetzt raus. Oh, hier ist ne Tür, weniger. Ah, da ist mein Moped und... Ihr könnt mich alle mal. Juhu. Wo kommt's nach Hause? Ich weiß es nicht. Macht's gut, ihr Trottel. Ja, genau. Macht's gut, ihr Trottel. Genau das wollte ich sagen. Ich lasse dir die Tür offen, ne? Ja, wäre hervorragend. Äh. Ah, das ist aber ganz schön, Licht. Boah, es ist zu hell. Ja. Hallo Zombies. Ob die jetzt so schnell sind, dass sie hinter mir herlaufen können? Nee, so schnell nicht. Zumindest nicht, dass sie dich einholen. Na Gott sei Dank, rechts hat ich rausgekommen, ey. Oh ja. Alter, war echt... Das sah echt interessant aus. Fand ich. Also... Ich kannte das Gebäude so von innen noch gar nicht. Das Labor war neu für mich und, ähm... War eigentlich alles neu. Das war ziemlich cool. Auch das ist in den einen Teilen, in diesen weißen Dingern da, was drinne ist. Ich hab den nun mal aus langer Weile draufgeschlagen. Aus Neugier. Dann hätte man das vorher gewusst. Wir sind bestimmt an einigen von den Dingern vorbeigekommen. Oh, ich bin schon zu Hause. Ja. Aber das Licht ist zu hell. Tup, 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 tup. Tada! Ich lebe noch. Hör die Tür zu. Ach, die Schrot. Ich hab die Schrot in der Hand. Die ist noch nicht mal geladen. Du bist ja eine Banane. So, und ich sehe, die Aufnahme geht schon wieder viel, viel, viel zu lang. Ähm, aber nicht lang genug, um eine zweite draus zu machen. Ähm, wir machen jetzt einen Break. Wir ruhen uns aus von diesem anstrengenden Tag. Und, ähm... Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren, liken, kommentieren. Ihr könnt auch gerne, äh, Mathilde über die Kommentare Fragen stellen. Hm? Auch wenn sie mich fragend anguckt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020